Wow, jetzt kann ich die Handschuhe anziehen. Wow. Meine Fresse. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Eine Blitzfähigkeit. Sieht schön aus. Was? Warte. Ja, alles gut, alles gut. Stell ich mal ein bisschen weiter weg. Ja, stehen bleiben. Hä? Wieso kann ich es auf dich einsetzen? Weil es vielleicht auch eine Heilung ist oder so? Guck gerade, das ist ein Angriff. Angriff und Heilung? Ach so. Guck mal, sowas hier füllt rote Noten auf. Normale, ähm, Angriffe füllen grüne Noten auf. Wenn ich dann das benutze, entwerte ich sie. Dementsprechend alles, alle grünen Noten, das heißt jeder Angriff, den ich vollführt habe, heilt dich um 8%. Wenn du in meiner Nähe stehst. Und jede Heilung, die ich vollführt habe, ähm... Ja, jetzt kann ich irgendwie nicht entschlüsseln, obwohl du kopf. Jaja, okay. Abgeben! Oder Talken, eher gesagt. Femixing! Femixing! Warum tragen meine männlichen Charaktere eigentlich öfter Kleider als ihre weiblichen? Tja... Und gelogen. Und gelogen. Warum glänzt er? K Slap Den? Lach ihn gläntern! Komm, zum Ersten. Monster, was wir tötern müssen! Warte, 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 warte. Da gets auch gleich ne Quest. Njaaaa! cave? Kann man eigentlich gleich machen, oder? Was? Die Rezepte kann man ja alles gleich eigentlich machen. Ja. Da, da. Refine. Quest abgeschlossen. Was? 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 Sit down in the morning. Bist du da? Hast du? Hast du? Moment, mach nicht. What? Wir können auch die Zers killen, weil die hier gleich nebenan sind. Weißt du nicht mal? Ja. Oh, da kann ich. Kann ich jetzt? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Ja. Guck dir meine Blitzfähigkeit an, warte. ELEKTRISIER! BITCHES! Warte, warte, warte. Again, again. Klack! Komm, du schaffst es. Warte, erst das. Dann diese Common Move. Dann der Elektro... Nein, das war die Halle. Ups. Bam! Amazing! Erst hier hoch. Dann von oben nach unten. Klack! Yes! Kaputt! Oh, der zweiten auch gleich angegriffen. Da, 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 da. Dann, wir müssen noch die Viecher einkloppen. Bis der hier tot ist. So, nächste Viecher. Kabuum! Ha, ha, ha. Ah, das macht so viel Spaß. Tada! Jo, wir haben's. Abgeben! Oh! Ah! Oh! Bist du fertig? Gut. Du musstest auch über den Baumstumpf, oder? Wir haben gleich unsere Waffen. Wir haben jetzt unsere Waffen. Yes. Wir können doch mal den Sunbird scheißen. Nein, dann teleportieren wir uns erst mal weg. Felix! Hm, und plötzlich hat sich instant die Musik gewechselt. Ja, geh, geh. Holen wir uns also erst mal die Angel-Quest? Kannst du nicht mehr reden? Noch keine Angel. Ja, aber da ist doch eine Angel-Quest. Du bekommst ja hier eine. Indem du euch einfach dafür interessierst, was sie zu sagen hat. Und jetzt hast du die Angel. Wuppaa! Nur das zur Info. Wir fischen meistens bzw. nur Level 60er Scheiße aus dem Wasser. Ne, Level 30er bis Level 40er. Level 60er ist eher seltener. Ja. Trotzdem ist er ein Edelwager. Na ja. So kann ich jetzt Quickstudy-Schoolen. Ah, warte. Jawoll. 2% mehr XP. Yay. Dip-di-dip-dip-dip. Ha! Schon mehr Leben jetzt als du! Ich bin ein scheiß Magier. Ja, und ich ein Assassin. Ja, ich bin ein Assassin. 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 Und ich bin ein Assassin. Wir kriegen jetzt unseren Gehilfen. Das ist aber nicht mein Gehilfe. Ich hab nur einen Drachen. Warum hab ich den? Ich hab den Drachen gewählt. Geh weg. Den hast du. Ich hab den Drachen gewählt. Geh weg. Ich hab den Drachen gewählt. Soll mir egal sein. Aber ich hab keinen Drachen. Ich hab den Scheid. Wenn du bereit bist, bin ich den Karma. Ich hab den Scheid. Du hast ihn auch. Ich wollte wenigstens etwas körperliche Kraft besitzen. Du hast jetzt insgeheim gesagt, dass du schwach bist. In dem Game ja, ich bin ein Magier. Ich kämpfe mit dem Hirn. Naja, wenn der meint. Du kannst quasi sagen, dass ich dich tot denke. Ach, alles klar. Kannst du bleiben, dass du es... Nöp. Ah, wir dürfen jetzt eiskalt da rein, ja, okay, alles klar. Polymer im Kopf. Ich bin in den Dungeon. Wait, please, wait, please. Ich will das mal meine ganzen Sachen. Ich bin jetzt nicht bereit. Du, 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 du. Das kannst du nicht einfach... Oh, das ist die Nummer 4, mein Special Move. Warte, will ich jetzt ausprobieren. Ne, das probiere ich später aus. Sonst habe ich den beim Babo nicht. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Was ist das? Erst auf den Köter. Scheiße. Das geht jetzt voll auf den Köter. Egal. So geht's auch. jetzt noch schwerer jetzt ist es es ist echt wie die Vorlaufkunde stimmt nicht sie lügt ich lüge nicht, ich ziehe die Aussage ins Lächerliche die Aussage ins Lächerliche ziehen, was mach ich gerade? beziehungsweise bei mir nennt man sowas Ironie bei mir Sarkasmus ja, easy so, ganz easy ich will jetzt mit Jörg sprechen hi na, dir geht's gut ja, gut euch auch alles gut ja, gut Cain klar easy du hast doch jetzt auch zwei Quästen an der Seite, oder? was war die erste? weiß gar nicht was die erste sind, also meistens sind das so oh, dein Stuhl, alter ja, Stuhl Tür keine Ahnung hat gequietscht halt warte ich guck mal was das da ist ach, das lässt uns weg teleportieren, weil wegen das SA ah, ok kannst du mal aufhören mit dem Stuhl so zu knauschen? das ist ja eklig nicht lang noch, eigentlich was? Holger ach, wir sind schon bei der dritten Die will nicht mit mir sprechen Krass Warum willst du nicht mit mir sprechen? Bin ich dir so unsympathisch Jetzt ernsthaft, warum sprichst du nicht mit mir? Ach, sie ist schon abgegeben Ja Genau, sie spricht einfach nicht mit mir Du hast doch für mich eine Quest Warum gibst du sie mir nicht? Ich will mich voll mobben, Sommer Ja, ich auch Ist das dein Ernst? Okay, ich kapier's nicht, was die Ola hat Hat wohl ihre Tage Ich glaub, die halten nackt durch den Wald Und alle gucken sie Ich lese nur so fein, who cares Jetzt mal ein Ernstes Du kleine Sau Was willst du Mir vorenthalten Hast du mit denen allen jetzt gesprochen? Wo bist du? Was, ich? Ja Ach du, ich bin nur den Weg zur Stadt Warum? Kann ich nicht? Was soll ich das nicht annehmen? Hinten 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 Hat das Spiel kaputt gemacht? Machen Hinten Du, wo macht das Spiel auch noch nicht kaputt? Machen irgendwie schon naja lass mal eh beenden sag tschüssi tschüssi und er hat so auf seine art und weise aber nicht zu ich wollte grad noch sagen nicht zu gemein soll ich bitte verpissen ja geht ja